Ich lerne Deutsch, Nummer 2566. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses Plakat wird in der ganzen Stadt zu sehen sein. Dieses Plakat wird in der ganzen Stadt zu sehen sein. Bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich noch einmal nachdenken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich noch einmal nachdenken. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Heute habe ich noch keinen einzigen Fisch gefangen. Heute habe ich noch keinen einzigen Fisch gefangen. Heute habe ich noch keinen einzigen Fisch gefangen. Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting. Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting. Wir nehmen das Projekt gemeinsam in Angriff und starten gleich mit dem ersten Meeting. Danke für alles, was du in dieser schwierigen Situation für uns getan hast. Danke für alles, was du in dieser schwierigen Situation für uns getan hast. Wenn ich einen Apfel esse, gibt es dann Spaghetti mit Tomatensauce? Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Du hast ihn beleidigt. Er ist verärgert. Er will nicht mehr mit uns reden. Du hast ihn beleidigt. Das Brot besteht aus einer Mischung von Weizen und Roggen. Das Brot besteht aus einer Mischung von Weizen und Roggen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Viele Fluggesellschaften meiden den Luftraum über der Ukraine. Dadurch verlängert sich die Flugzeit. Viele Fluggesellschaften meiden den Luftraum über der Ukraine. Dadurch verlängert sich die Flugzeit. Warum ist das hier abgesperrt? Ich möchte schwimmen gehen. Warum ist das hier abgesperrt? Ich möchte schwimmen gehen. Ich habe es schon vorher gewusst. Das ist ein voller Erfolg. Warum gibst du mir die Schuld? Ich war es nicht. Warum gibst du mir die Schuld? Ich war es nicht. Als Kinderkrankenschwester liegt mir die Gesundheit unserer kleinen Patienten sehr am Herzen. Als Kinderkrankenschwester liegt mir die Gesundheit unserer kleinen Patienten sehr am Herzen. Einmal im Monat lädt unsere Oma uns zum Essen ein. Sie kocht immer etwas anderes. Einmal im Monat lädt unsere Oma uns zum Essen ein. Einmal im Monat lädt unsere Oma uns zum Essen ein. Sie kocht immer etwas anderes. Erwachsene bestehen zu etwa 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Der Körper eines Babys enthält sogar 70 bis über 80 Prozent Wasser. Erwachsene bestehen zu etwa 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Der Körper eines Babys enthält sogar 70 bis über 80 Prozent Wasser. Wir gehen zusammen einkaufen. Heute ist alles reduziert. Wir gehen zusammen einkaufen. Heute ist alles reduziert. Hier ist eine detaillierte Anleitung für die Verwendung einer Schlafmaske. Hier ist eine detaillierte Anleitung für die Verwendung einer Schlafmaske. Hier ist eine detaillierte Anleitung für die Verwendung einer Schlafmaske. Größere Bestellungen bringe ich mit einer Transportkarre in unsere Versandabteilung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Zeit noch verbessern kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Zeit noch verbessern kann. Ich möchte deine Schuhe anprobieren. Vielleicht passen sie mir. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die Schlafmaske. Und dann gib uns die Schlafmaske. Und wir können sie mir nicht bene. Und dann gibt es die Schlafmaske. Und dann versuchst du eine Schlafmaske.